Zwei beeindruckende Vasen, es sind Porzellanfüße für Petroleumlampen, kann ich euch hier zeigen, die der König Ludwig so entworfen hat und bestellt hat. Die sollten für das Schloss Linderhof sein. Und zwar sind die bestellt worden von Ludwig II. bei der Firma Flemmerer in München und sind wahrscheinlich gar nicht mehr ausgeliefert worden, weil der König Ludwig dann verstorben war. Und diese Lampen sind dann, bis sie in meinen Besitz übergegangen sind, noch in der Familie Flemmerer als Erinnerung an den Ludwig II. geblieben. Wunderschön wieder dieses helle Blau und die arabischen Schriftzeichen und die ganz schöne Bronzeverarbeitung. Also ganz hochwertige Arbeit für das Schloss Linderhof. Schloss Linderhof 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020